Hallo, hier ist Sonja und wir haben letzte Folge bei Minecraft Diversity die Adventure Branch angefangen und sind nun auf der Mission, komische Elektrogeräte wieder anzuschalten mit Redstone-Rätseln, was wir einwandfrei können. Nicht. Aber ja, ich würde sagen, dann lass uns anfangen. Hier, ich hab Comparator. Okay, ich hab's. Okay, was hast du? Okay, wir müssen das hier durchlocken, damit alle von diesen kleinen Teilen, glaube ich, aufleuchten. Okay, alle Lampen sollen leuchten. Nee, 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 schau mal, schau mal. Es sind so komische Dinge, die haben Pfeile drauf, siehst du das? Ja, was hast du noch gekriegt? Dort, wo die... Ja, was hast du noch? Ich kann, ich kann, ich... Verbinder. Flo, achso. Okay, und dann? Wir müssen, ähm, alle, wo die Pfeile hinzeigen, zum Leuchten bringen. Das heißt, wahrscheinlich hier. Okay, ja. Das klingt schlässig. Das sollte einfach sein. Ja, das sollte einfach sein. Hast du da noch eine bestimmte Anzahl, oder wie? Ja, ja, ja. Also sind da auf jeden Fall genug, glaube ich. Okay, der Typ Rage, was das für ein dummes System ist. Das hier musst du... Genau, auf den einen. Easy. Haben wir jetzt gewonnen? Ich meine, oder? Ja, das sollte. Ähm. Ähm. Das sagt immer nichts. Also dort, wo die hinzeigen, oder warte mal. Dort, wo die hinzeigen, leuchtet. Ich schlau, oder? Oder ist das hinter dem Pfeil? Nee, das macht ja keinen Sinn. Warum sollte das das hinter dem Pfeil sein? Der Pfeil... Der wird schon das richtige zeigen. Muss ich das bis ganz am Ende durchmachen? Probably. Nö. Oh, doch nicht. Hä? Okay, und jetzt? Pups, verstehst du das? Du bist so Klug, Tops, wie du die ganze Zeit... Äh. Ich verstehe das gerade selber nicht. Okay. Ich dachte, ich hab's verstanden. Also, ich hab auch gedacht, ich hab's auch verstanden, aber das war nicht richtig. Ich mein das anders. Okay, was meinst du denn, Tops? Ich will es euch zeigen, aber ich kann das schlecht erklären. Okay, Tops, baut jetzt erstmal wütend die ganzen Redstone Sachen ab. Nee, das ist einfach, damit ich das nochmal leide. Hier liegt noch eins, hier liegt noch eins. Ich zeig gerade auf meinen Monitor, als ob du das sehen könntest. Das ist schon traurig. Ich bin noch irgendwo. Nee, du hast es eigentlich schon mit. Okay, Tops, dann zeig uns... Okay, klickst du den, Tops? Okay, gut. Gut, wir machen das jetzt so, dann so. Mhm. So. Wenn du es nicht schaffst, dann darf ich töten. Dann so. Oh, ich glaub, ich weiß, was du meinst. Das ist aus der Richtung kommen muss. Mhm. Achso, lol. Oh, ja, das ist recht. Ja, das macht Sinn. Das macht absolut Sinn. Ich verstehe ich's. Ich dachte, wir sind solche Observer. So war das Problem, Flut, du hast gedacht. Okay. Ja, das ist ja dann easy. Das hätte ich auch so gemacht. Äh, den, nein, muss ich. Weg machen. Okay, den brauchen wir nicht. Dann zack und... Okay. Und jetzt? Jetzt hast du den nicht benutzt, den hast du nicht benutzt. Ah, stimmt. Ja, 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 warte, 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 warte. Dann musst du hier erst mal weiter... Nein, 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 bau doch einfach hier rum. Du hast es viel zu kompliziert gemacht. Genau, bau hier rum und dann da rum. Hier und jetzt hier zurück nochmal. Genau, richtig. Haben wir es? Nee. Ja, aber es war doch... Es ist doch richtig, oder? Ja, aber ich glaube, du hast zwischendurch jetzt einen falsch abgebaut. Habe ich dann falsch abgebaut? Sicher? Oder einen falsch drauf gebaut. Okay, gehen wir nochmal von vorne. Hier, da lang? Oh, nein! Ja, es geht doch... Okay, warte, warte, warte. Also, wir fahren hier lang, ja? Dann fahren wir hier rüber. Du, du, du. Warte, hier ist dann so, dann das Boot und so. Und so, dann so, dann so. So, du, du. So, du, du. Ey, ich verstehe es doch echt nicht. Wieso nicht? Wie das hier dann so funktionieren soll. Ja, verstehe es doch mal. Oder es könnte sein, dass alle Sachen aktiviert werden müssen. Ja, ja, ja. Es tut sich was. Easy, Alter. Tja, da habt ihr es davon. Weil ihr immer so... Wow, wir haben es geschafft. Wir sind wieder online. Das war einfach. Das war eigentlich nicht schwer. Das stimmt. Das ist logisch. Ihr wart nur zur Verkrampf reingegangen. Ihr müsst das einfach so... Dingensens. Ich kann überhaupt nichts machen. Flo hat sich einfach alles genommen und hat mir keine gegeben. Ja, das Ding ist halt... Hello, hello? Hm. Hallo? Ich wurde informiert, dass ihr bei Mr. Gargarin wart. Gute Arbeit. Ist aber cool, sowas. Ey, einige... Also, das ist nice für die Rätsel. Okay. Wir müssen in die Dick-Side und ein paar Sachen ausgraben. Ein paar Proben. Und danach gehen wir zum Research-Team. Wenn wir eh schon unten sind. Okay. Ich glaube, das ist... Cool, voll. Warte, warte, warte. Da steht, Ivanov gibt dir einen Schlüssel. Warte. Müssen wir jetzt nochmal zu Ivanov runter? Wer ist Ivanov? Ivanov ist der Typ da unten. Aber da stand, Ivanov gibt uns einen Schlüssel. Komm, vielleicht meine ich unten, unten bei der Base. Unten müssen wir alle pflanzenähnlichen Sachen finden. Klug, gib uns nochmal Speed, bitte. Das ist richtig eklig. Slow Falling, Alter. Ah, das geht voll. Nee, das ist richtig eklig, wenn du... Uff. 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 Ich mag's lieber langsam zu sein, wenn's so komisch schnell. Wenn ich so schnell renne, wird mir schlecht. Echt? Ja. Ja, tue ich noch beim Kacken schlecht, also... Du schwitzt beim Kacken. Aber auf dem Winter. Hä? Okay. So, jetzt müssen wir hier runter. Wir sind hier mit dem. Und jetzt? Jetzt soll er sagen... Ich glaub, wir sollen hier nicht hin. Ich glaub, du bist schon wieder freilich irgendwo hingerannt. Oh. Florian! Ivanov geht für Onkey von der Dickseite. Was ist Dickseite da? Okay, pass auf. Weißt du, was wir machen müssen? Wenn mir ja keiner zuhört. Also. Wir müssen runter. Jetzt ohne Mist. Keiner von euch liest einen blöden Chat. Und dann liest ich den Chat. Und dann seid ihr irgendwo schon hingelaufen. Und dann sagt ihr, Ronja, wo bist du? Und dann sag ich, ich weiß es nicht. Ihr seid schon wieder gelaufen. Und dann ist es einfach nur... Ich bin bei dir, Ronja. Ich bin bei dir ganz wohl. Wo bist du überhaupt? Okay. Also. Wir müssen runter zur Ausgrabungsstätte. Da müssen wir alle Pflanzen aufsammeln. Ich weiß jetzt, wo du bist. Ivanov gibt uns den Schlüssel. Florian, du bist so ein Clown. Ach, Ivanov war hier bei uns. Ivanov war die ganze Zeit unten bei uns. Das sag ich auch schon die ganze Zeit. Aber mir hört keiner zu. Ach, hier müssen wir rein. Ja, ne. Hallo, Ronja. Ich weiß. Seid solche Idioten. Meine Stimme wird niemals heilen. Ich muss dich, wenn Ivanov will. Ja, weil du will nicht zuerst. Ich dachte, Ivanov ist die Krankheit. Was war jetzt hier? Ich bin so mad. Die Mav ist nicht schön. Nein. Nein, deswegen nicht. Doch, jetzt geht's runter. Ist ein Aufzug. Okay. Ciao. Wie bist du denn jetzt da schon wieder reingekommen? Du musst mit dem anderen rein. Guck mal, Ronja, hier gibt's ein zweiter, hier gibt's ein alter. Ich wusste das. Das war Ronja. Das ist ein bisschen eng. Lass es Ronja einfach vorlaufen. Ja. Ich bin in Tops Kopf. Und wenn ihr könnt, wenn ihr noch ein bisschen abstand halten könnt, das ist ein bisschen... Ich könnt nicht. Ich wünsch, ich könnt. Oh, guck mal, jetzt kann ich die Aussicht von draußen von... Okay, guck mal, hier ist ein unterirdisches System. Wenn ihr kriegt einen Nervenzusammenbruch von meiner Nervenzusammenbruch. Ich krieg gleich einen Nervenzusammenbruch. Nicht von der Map, von euch beiden Idioten. Die Map hat keine Schuld daran, okay? Ich spiel nie wieder mit euch, okay? Ich mach sowas demnächst nur noch alleine. Nur, dass ihr es wisst. Doch. Es ist okay. Wir werden es schaffen, okay? Nein. Weißt du, wir haben Procure gemacht. Jetzt carriest du hier Adventure. Junge. Ich bin so müde. Tops, egal. Wir lassen uns Ronja vor, okay? Tops, bleib stehen. Tops, bleib nicht stehen. Läuft irgendwo runter. Ja, wir sollen die Pflanzen einsammeln. Womit sammeln wir die Pflanzen? Diesen Schwert. Harvesting Blade. Nice. Das Schwert muss niemanden. Träumchen. Ich hab's abgebaut. Ich hab's auch, okay. Jetzt geh ich runter zu den Pflanzen. Was ich schon die ganze Zeit vorhab. Weil ich schon die ganze Zeit weiß, was wir tun müssen. Aber mir hört noch nie jemand zu. Guck hier in meiner Hand. 13 Stück hab ich. Okay, ich hab acht. Mysteriöse. Tops, wie warst du? Ich konnte keinen abbauen, weil ich kein Schwert gekriegt habe. Du bist ein Loser, Tops. Wirklich, die Profis haben ein Schwert. Ja, das ist echt so. Nur die Nubi ist da kein Schwert. Nur die Nubi. Ich bin jetzt hier drüben, was wollt ihr jetzt? Jetzt bin ich bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei euch. Oh nein. Jetzt wird's eng. Wo ist denn jetzt? Dr. Zombie. Zombo, dachte ich. Zombo, Zombo. Ja, Zombo heißt er. Zombo. Dr. Zombie am Po. Ah. Ja. Wo ist der? Ja, an einem unbekannten Ort. Hier ist irgendein lila-oranges Lava-Ding. Ein Lava-Ding, das ist ein... Was ist das sonst? Beacon. Du bist ein Beacon. Nein, nicht Bacon, sondern Beacon. Wisst ihr, wie heißt es, wenn ihr alle ein bisschen netter werdet? Ah, ich weiß ja nicht, Honja ist einfach nur leicht toxic, weil sie generell toxic im Körper ist. Ich bin scheinbar einfach toxic, ne? Aber es ist meine Persönlichkeit. Ah. Weißt du, alle sagen immer, Flos Bruder ist toxic, aber in Wirklichkeit... Wer ist denn der Dr. Zombo? Ja, das wissen wir nicht. Ich dachte, du rennst immer so erfolgreich voraus. Wer weiß, wo alles ist? Mach ich auch. Jetzt krieg ich Hunger. Ich hab schon die ganze Zeit Hunger. Ich hab noch nichts gegessen heute. Wirklich? Ja, wegen Sushi. Hab ich doch gesagt. Das war ich immer so. Äh, ich glaub, wir könnten auch mal hier runter. Ich geh mal runter zu diesem Kuroshim. Oh nein, ich bin wieder gefallen. Ah, du hast die Probe. Ja, bitteschön. Ist da was drinne? Experiment Keratin Sample Puzzle. Be careful, just hand it to me. Oh, ich dachte... Äh, gibst du's ihm? Danke. Er braucht nur eins. Hab ich doch gesagt. Er hat gesagt, nimm alle mit. Was ist das? Ich hab diese Spezies hier noch nicht gesehen. Sehr merkwürdig. Der Peculiar. Peculiar. Okay, lass uns das hinstellen, damit wir's besser angucken können. Wenn ihr mehr habt, einfach in die Box neben meinem Schreibtisch. Nee, das ist keine Box. Nee, neben seinem Schreibtisch. Er sagt, er ist sich nicht sicher, ob's diese Spezies vorher überhaupt gab. Ja. Incredible. Ja, jetzt sind wir stoffen roten. Jetzt sind wir persönlicher. Irgendwas. Irgendein orangenes Objekt wurde entdeckt. Es muss dafür verantwortlich gewesen sein, dass die Generatoren offline gegangen sind. Was ist das Subjekt? Eine Orange, oder? Ja, vielleicht eine Orange. Okay. Jetzt können wir ohne Überwachung alle roten Türen öffnen. Das stimmt gar nicht. Genau wie er auch. Das stimmt gar nicht. Warte, jetzt müssen wir wieder runter in den Drilling Crater. Schon wieder. Kommen wir nicht davon da? Was? Und dort müssen wir das Objekt zurückbringen. Was? Wir müssen das Objekt unten finden, wo man erbohren kann. Ansonsten weiß ich's nicht. Flo hat sich wieder alles genommen, weißt du, und im Endeffekt hat er keine Ahnung. Nein, das war letztens. Das war das, was du genommen hast. Der ist so doof. Doof wie doofbrot. Wo seid ihr denn jetzt? Da, es schaust du. Wo müssen wir hin? Wo ist Flo? Wo müssen wir hin? Flo, ihr wisst nicht, wo du bist. Ich weiß noch nicht. Ich hab immer noch das... Ein einziger Augenblick. Okay, wisst ihr, was mich richtig nervt, dass man immer noch diese Luftsprünge hat. Mond. Das ist richtig erneuend. Was hast du denn für ein Objekt? Ja, das orangene Objekt, das mysteriöse. Und ja, du hast nur den Effekt, weil du dich nicht hast eindampfen lassen. Hm. Das ist, nein, das ist wirklich so. Weißt du, warum ich mich nicht habe? Weil ich hier die ganze Rückweg quer durch die Gegend geportet werde. Ist es beim Aufzug? Ja, sicher. Ja, ich bin schon wieder geportet. Wo bin ich? Ja, hier, ist es hier unten beworben zugelegt? Nee, weiß ich nicht. Nein, ist es nicht. Okay, wisst ihr was? So, pass auf. Nein. Ich kann richtig mehr auf. So, Freunde. Hört mir zu, okay? Ich weiß, was wir tun müssen. Er sagt... Ja, aber wir sind nicht im Drilling Crate. Wir sind gerade im Digging Crate. Ja, und wo ist denn der Drilling Crate? Bei der roten Tür. Was für die rote Tür? Die ist auch irgendwo. Er hat gesagt, wir können durch die rote Tür. Dann geht es denn ins... Jetzt hoch, mir reicht es. Tschüss, ich mache jetzt alleine weiter. Okay. Ich komme jetzt hier nicht mehr hoch. Mist, ich bin lustig. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich mache nicht alleine weiter. Ich komme nicht alleine weiter. Kondi, du musst den Knopf drücken. Ich habe doch... Ich bitte dich jetzt, ob ich den Knopf nicht gedrückt hätte. Da passiert aber nichts. Der muss jetzt mal runterkommen. Ja, wie lange denn? Wo ist denn der Drilling Crate da? Ja, keine Ahnung. Ich bin frustriert. Ich bin frustriert da noch rein. Jetzt bin ich nicht mehr allein. Ja. Vielleicht Flo macht die Map kaputt. Okay. So. Flo, wo bist du eigentlich? Ich bin gerade im Labor, aber ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Er sagt, rote Tür. Ist hier... Es ist schwierig für mich. Gab es eine rote Tür, Opt? Okay. Unten. Warte, ich lese jetzt nochmal, was hier steht, okay? Weil ich nämlich den Chat lese, ja? Und er weiß, was wir tun müssen. So, wir können... Wir sollen runtergehen. In den Drilling Crate. Wir sollen das Objekt tun. So, hier ist eine Schere. Design to handle the object. Zombo Pinkers. Das ist gut. Guckt, wir waren vorher... Das, wo ihr gerade hingegangen seid, war die Dickside. Das war nicht der Drilling Crater. Aber es ist trotzdem unten. Jetzt frage ich euch, wie kommt man runter? Was ist denn der Drilling Crater? Alter, ist halt unten. Es geht irgendwo runter. Und irgendwo unten ist eine rote Tür. Und da geht es weiter. Okay? So, ich gehe jetzt hier runter. Ich weiß, was ich tue. Okay? Ich bin auf einer Solo-Mission mittlerweile. Ich habe die anderen verloren. Vielleicht waren wir doch gar nicht mit einem Drilling Crater. Ach, nee! Oh, loo. Ronja hat ihre Stimme wieder. Junge. Ich glaube, das ist ein neuer Krater, wo wir noch gar nicht waren. Oh, ich kicke dich gleich. Ich mache jetzt ernst. Ich habe sie gefunden. Ich bin jetzt schon die ganze Zeit hier unten, ihr Deppen. Kommt halt her. Jo, warum postest du mich? Ich war gerade unten. Junge! Du bist wieder dick seit das hier. Das ist das richtige. Oder? Guck, hier ist doch geboren. Nein, das ist so erschützig. Aber unten war es nicht. Ich war schon unten. Du warst aber nicht im richtigen Runden. Es gibt mehrere Runden. Okay, dann zeigen wir uns doch. Jetzt bist du auf dem Mund. Ich weiß nicht mehr, wo es ist, weil du mich irgendwo hingeboren hast. Jetzt bin ich wieder auf dem Mund. Okay? Ich bin gerade extra in die Treffer runtergegangen. Ich wusste, wo du warst. Aber du warst durch die ganze Zeit. Ihr seid idiot. Ich werde toxic. Jetzt seid ihr auch noch weg. Jetzt bin ich alleine hier. Ich weiß, wo es ist. Ja, ja. Ah, ihr meint so toxic. Ja! Ich bin so... Mann. Alles. Halt dich. Was? Ey, guck mal. Auch Flo hat es gefunden. Ja, vor allem jetzt den Porn zu dem ich schon wieder... Jetzt laufe ich wieder so wie auf dem Mund und hüpfe die ganze Zeit. Es ist doch so... Nein. Oh, du bist... Ey, Ronja, ich habe es gefunden. Halt den Mund. Ich war doch schon da. Du bist mein Porn. Nein. Oh, siehst du. Okay, Ronja. Ich gebe dir sogar die Ehre hier. Halt den Mund. Du bist so ein. Ich bin so wütend. Das ist schwer zu fassen. Ja, ja, ja. Ich bin so wütend. Ronja, laufe du es immer vor, wir laufe dir nach, okay? Ja. Ja, Junge. Zum Hütte. Du bist so jeder zu eigener Stärke. Nein! Deine Stärke ist Adventure und unsere ist nicht Adventure. Ja, aber wisst ihr, was eure... Ja, ihr poortet mich die ganze Zeit weg. Ihr behindert mich aktiv vor meiner Arbeit. Nein, tun wir nicht. Wir helfen dir. Nein, tut ihr nicht. Okay. Ich habe dir zum Beispiel eben... Ronja, du darfst dich ab von uns selber poorten, wenn du willst. Ich muss mich hier gar nicht veroffen, weil ich bin ja schon im richtigen Ort. Hier, möchte ich nur mal anmerken. Roter Punkt. Seht ihr das? Roter Punkt. Rote Tür. Ich bin Farbe. Rote Tür. Du bist eher so ein dunkel-orange. Ja, du bist auch so ein dunkel-orange. Ich bin Hul. Ich kann kein Rot sehen. Hier musst du hin, Ronja. Ja, ich weiß. Ja, mit dir musst du reden. Ja. Ja, kannst du erst gewissen, wie ich gleich gelaufen bin? Nein. Ich habe Spaß bei der Aufnahme. Ja, ich habe Spaß bei der Aufnahme. Ja, ich habe Spaß bei der Aufnahme. Danke, dass du nachfragst. Ich würde es da mal unterlassen. Also, ich würde auf jeden Fall ein Abo dalassen und dementsprechend so einen Fanart machen, wie Ronja mal mit Knallrohungen im Kopf und es probiert anzuschreien, während sie fast stört. Meine Stimme versagt, Heidardo. Sie wird niemals heilen. Deswegen ist das Allerwitzigste, weißt du, es gäbe keinen besseren Zeitpunkt, um das zu machen. Guck mal. Er sagt, guck mal, es fliegt, weil es nicht von Gravitation beeinflusst ist. Wir sollten ihm einen Namen geben. Er nennt es das Zombo-Kron. Warte, ich kann ihn ja kitzeln. Ich habe ihn in den Zombo-Tickler. Hier, Ronja, nimm du das mal. Okay, dann kitzel ihn jetzt. Zombo-Tickler. Passiert nichts. Ich kann ihn nicht kitzeln. So, er hat nach sich selber benannt. Klassiker. Okay, es war ein langer Tag. Ihr seht erschöpft aus. Geht zurück. Er ruht euch aus. Dankeschön, Dr. Zombo. Ich bin erschöpft. Okay. Nachdem ihr geschlafen habt, machen wir ein paar Experimente und gucken, was das Zombo-Kron alles wo machen kann. Florian, leg dich ins Bett. So, jetzt gehen wir wieder zu Dr. Zombo, okay? Mit seinen neuen Erkundenschaften über das Zombo-Kron. Florian, du bist ja sehr motiviert zusammen. Ja. Und wenn auch nur irgendeiner von euch Idioten auch nur daran denkt, mich irgendwo hin zu supporten, dann komme ich persönlich bei euch zu Hause vorbei. Das war ein Stupf. Das waren wir beide. Was soll er? Er ist weg. Warte, oh nein. Jemand hat das Zombo-Kron geklaut. Das ist weg. Er wird es eingebrochen. Und er hat Dr. Zombo getötet. Echt? Hä? Keine Ahnung, er ist weg. Ich brauche deine Hilfe. Wir müssen zum Lounge-Bay. Und Mr. Gargarin sagt, Nein. Bleibt in der Base. Aber Zombo sagt, guck mal, Dr. Gargarin hat ihn locker entführt. Er redet jetzt chinesisch. Wenn ihr es tut, dann Fragezeichen. Ich muss jetzt was trinken. Ich glaube, Mr. Gargarin ist böser. Puh, Telefon. Okay, ich bin jetzt hier ohne... Nein, ich weiß, wo wir müssen. Da war ja bei diesen Dings... Da war ja bei der Außerzeit. Kannst du... Okay, können wir eine Regel einführen? Bitte. Die Bay. Die Bay. Können wir eine Regel einführen? Was ist das denn? Meine neue Regel ist... Wir haben ja alle doch schon getroffen. Unsere Boys. Die haben eine Seuche. Ja. Und jetzt? Jetzt gehen wir hier rein. Dr. Zombo, seid hilf mir. Oh nein, Mr. Gargarin ist auch... Oh, Mr. Gargarin ist auch... Dankeschön. Haben wir die Welt gerettet? Ja. Er hat das Sombokron vom Labor geklaut. Oh nein. Er hat gesagt, das war der wahre Grund, warum wir... Okay. Leute! Oh, das ist für das Monument... Oh, was komplett... Ach echt, Flo! Wirklich jetzt! Ohne Mist. Flo hört einem nicht zu. Ich wusste das wirklich nicht. Flo ist degeneriert und nicht intelligent. Nein, ich bin aber nur zum Nächsten gerannt. Ja! Wie so eine blinde Ratte, die irgendwie ihrem Futter folgt. Ich bin aber zum Nächsten gerannt. Was? Und jetzt? Es hat Selbstzerstörung aktiviert. Wir haben keine Zeit. Wir müssen zu den Escape Shuttles. Sind wir doch hier, oder? Okay, ich habe jetzt das Sombokron gekriegt. Wir sollen uns zurück in den Krater bringen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht wo den Krater. Oder? Ja! Wo? Wir müssen hier rein, glaube ich. Okay, wir zerstören uns eh nicht. Wir müssen in den Escape Shuttles. Wir brauchen es. Kommen wir hier weg? Er will nicht, dass wir hier reinkommen. Du musst rein! Okay, wir haben es. Wir haben es, wir haben es, wir haben es. Äh, was ist jetzt passiert? Ich sehe nichts. Wir wachen neu auf in der Zelle. Oh, oh. Hallo? Äh... Ist das mal eine Simulation? Okay, wir sind aufgewacht. Müsst du leben, die Rüstung stellen? Es ist normal, wie ihr euch fühlt. Niemand weiß. Niemand weiß, wie wir hierher gekommen sind. Wie waren sie in der Simulation? Also Adam, wie waren wir? Wir haben uns geschlagen. Guck, die folgen mir. Sie haben das. Sieht aus, als ob sie das... Lass eine sterben für ein Stück Wolle. Ende gewählt. Das ist beunruhigend. Hallo? Man hätte auswählen können, ob man es in den Krater schmeißt oder nicht. So, ihr seid einfach gegangen. Und alle Unschuldigen. Habt ihr einfach sterben lassen. Was für eine Person tut sowas? Ja, wir, oder? Ich schätze, du kennst wirklich keinen. Oh nein. Ihr braucht mich nicht so anzugucken. Gebt uns jetzt die Wolle. Ja, komm. Oh, ich hab die Wolle. Ja! Dann tu die Wolle in die Box. Und dann transformierer. Ronit sich die Wolle. Ich werde wieder so richtig komisch auf, dass er wieder einen Hit kriegt. Klassiker. Das ist Dutrock. Ja, aber das verwandelt sich doch jetzt. Wenn die Kiste blubbert, dann blubbert das. Dann sag ich jetzt wieder auf. Auf. Träumchen. Guck, wir haben schon drei. Wir haben schon drei. Von zehn oder so. So, dann war es aber auch für diese Folge Diversity. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Guckt euch die vorherigen Folgen hier oben an. Und genau. Äh, dann würde ich sagen, war es, dass die beiden Deppen töten sich da jetzt noch. Ja. Und macht's gut. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.